Ach, liebe Freunde, ich komme wieder auf Tour mit einer Portion Glück und wer dann denkt, eine Portion Glück, das heißt so ein paar Glücksrezepte auf der Bühne. Nein, eine Portion Glück heißt zwei Stunden Entertainment pur. Wir kommen allein mit zwei Tonnen Technik, das muss man sich vorstellen. Licht, Ton, Sound, Feuer, Laser und das in einer zweistündigen, atemberaubenden Show. Natürlich mit ganz tollen Rezepten, mit Glücksrezepten. Wie fühle ich mich wohl? Was muss ich denn essen, dass ich schlank bleibe oder vielleicht auch schlank wäre? Aber mit ganz viel Genuss, sportlich, gibt es natürlich auch einiges. Und schlag den Hänsel. Ich will euch gar nicht zu viel versprechen, da sind ganz witzige und lustige Sachen dabei. Mir geht es um Glück, mir geht es um einen ganz schönen Abend mit ganz viel Hänsel, mit ganz viel Kochen, aber vor allen Dingen mit ganz viel Unterhaltung. Es gibt noch Karten. So, schauen die aus. Ich würde mich einfach freuen, wenn ich euch, wenn ich sie begrüßen dürfte. Wir sehen uns dann bei einer Portion Glück. Ich zähle auf euch und bis bald. Euer Christian.